Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir Und ja Leute, ihr könnt es am Titel schon erkennen Das hier ist ein Entschuldigungsvideo Und zwar meine Ex-Freundin Sarah Und zwar habe ich mir das Ganze im Kopf durchgehen lassen Und dass ich aus Emotionen halt zu schnell gehandelt habe Und ich sie halt nicht öffentlich, vor allem bei mir auf Snapchat Falls es manche nicht mitbekommen haben, habe ich sie richtig hart fertig gemacht An dem Tag halt Und ich war auch richtig hart beleidigend gegenüber ihr Ich entschuldige mich halt nur dafür, was ich auf Snapchat gepostet habe Das letzte Video von mir, da habe ich sie weder beleidigt noch irgendwas Also es bezieht sich nur auf meine Snapchat-Aktion Auf jeden Fall Entschuldigung dafür Ich hätte dich nicht öffentlich irgendwie bloßstellen dürfen, beleidigen dürfen Das war uncool von mir, ich nehme das zurück An alle Leute, die das auch gerade hier sehen Hatet sie nicht, lasst es einfach sein, ist einfach scheißegal Leute, ich habe gerade bei meiner Kamera diesen Portrait-Modus ausprobiert Und ich will gucken, ob das geht, dass der Hintergrund halt unscharf ist Und ich halt so fokussiert bin Aber ich weiß gerade nicht, ob sich da irgendwas tun wird oder so Und demnächst kommt auch noch was richtig Heftiges auf euch zu Woran ich auch richtig lange schon sitze Und ja Leute, ich freue mich auch schon richtig, euch das zu sagen bald Seid auf jeden Fall auch darauf gespannt, Leute Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das letzte Video von mir So abnormal gut bei euch ankommen wird Das sind jetzt irgendwie 40.000 Likes zu irgendwie nur 3.000 oder so Auf jeden Fall danke dafür, danke an jeden, der das Video geliked hat Danke an jeden, der hinter mir stand und mich versucht hat aufzumuntern Ich danke euch alle Gemeinsam schaffen wir alles, Leute Eine Familie, ihr wisst Bescheid Und Leute, ich will auf jeden Fall noch was die Tage mit Miguel und Mirko zusammen drehen Einfach irgendeine Challenge Wenn ihr darauf Bock habt, dann gebt jetzt sofort einen Daumen nach oben, Leute Und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare Was wir zusammen drehen können Irgendwas gegeneinander Ich gegen Mirko Ich gegen Miguel Irgendeine krasse Scheiße Ihr wisst Leute, wir machen alles Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare Und ich gestikuliere einfach gerade richtig scheißen viel, Alter Was ist denn los? Das hier sollte jetzt auch kein richtiges Video sein Also einfach so ein kurzes Statement-Video Ein Infovideo Ein Real-Talk-Video, wie ihr es nennen wollt Ich würde dann sagen, das war es von mir aus Euer Dennis Und wir sehen uns im nächsten Video Haut rein, bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao